Die Scheppach SD 1600 V. Das Modell mit einem Gewicht von 10,1 kg bietet eine Leistung von 120 Watt und eine Sägeblattlänge von 127 mm. Die Drehzahl lässt sich über einen stufenlosen Drehregler einstellen und bewegt sich dabei im Bereich von 500 bis 1700 Umdrehung pro Minute. So können Sie die Sägeleistung präzise auf Ihre individuellen Anforderungen und das zu bearbeitende Material abstimmen. Die maximale Schnitttiefe beträgt 57 mm, während die Ausladung 406 mm misst. Zusätzlich überzeugt dieses Gerät durch verschiedene praktische Features. Eine integrierte Gebäsedüse sorgt dafür, dass der Arbeitsbereich stets frei von Spänen bleibt und dank eines Absaugstutzens kann bei Bedarf ein Staubsauger angeschlossen werden, um die Sauberkeit weiter zu erhöhen. Für eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereichs, auch in schlecht beleuchteten Räumen, ist die Säge mit einer LED-Lampe ausgestattet. Darüber hinaus lässt sich der Tisch, der eine Breite von 25,5 cm und eine Länge von 41,5 cm aufweist, in einem Bereich von 0 bis 45 Grad neigen, was zusätzliche Flexibilität bei verschiedenen Schnittwinkeln bietet. Noch nicht überzeugt? Dann schau dir gerne noch dieses Video an.